wir fern bekommen diese bessere waffe hätte ich ja die ep voll in den sand gesetzt das wäre nicht schön komm ich rüber klar der trummer besser als der andere ich weiß nicht ich sehe deine Macht hat sich erhöht Herr Villiers keine Rolle wir werden unsere Leben und das ist was es braucht dich zu stoppen oh wir sind auf der gleiche Seite hier wir kamen zurück zu stoppen alles ohnehin du bist die der lässt sich aber auch nicht umstehen naja schön dass wieder eine meinung sind ja ich habe mit dem wechsel anfangen ok die von der schaden macht er jetzt nicht vielleicht doch gibt es andere teile nicht angreifen kann nein okay nur selber das stolz wo warum sagt der engage klingt doch eher alleine nur ein schock und das ist doch nicht beendet zumindest wenn das so läuft wie jetzt also auch bis 9 9 hoch und dann doppelt brecher ab dafür naja vielleicht nicht aber trotzdem jeweils noch mal nicht so verkehrt gewesen naja schön der schock hoch geht guck mal wie viel schaden der passiv macht vielleicht doch zwei stunden brauchen ja zwei brauchen ich habe noch ein bisschen schaden zu machen ich werde schon bald heilen müssen hier noch einmal angreifen da muss auch unter der hälfte landen so schock zerberste alle beide jetzt beschränkung aufheben das war ja unlustig die frage stelle ich mir aber auch gerade die erste hälfte des canvas war sogar relativ chillig was soll denn das ich dachte nur den renne ich kurz drüber dann ist gut vielleicht ein buff team benutzen lieber nicht okay ich darf die zähne nicht skippen finde ich sehr schade jetzt darf ich es so zwischendurch noch mal heilen damit ich dann smooth und phase 2 übergehen kann das paradigma nochmal recht zu sein naja egal ich muss ihn immer bis 150 bringen oder könnten auch bei 145 lassen und ich wüsste wie das bräuchte ich zwei brecher und einen heiler habe ich glaube ich so nicht ausgewählt ansonsten könnte ich nämlich die taktik benutzen wenn ich nur zwei schocks gegen ihn brauche also dann nur noch einen egal also ich jetzt noch mal verkacken mache ich eine heiler brecher brecher taktik das dürfte auch klappen so schon mal eine runde heilen bevor er alles im wachhunter geht jeden nochmal schön voll tanken noch mal ach so ist schon im schock scheiße 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 das habe ich ja jetzt voll verbreit ok das wird wahrscheinlich viel zu langsam sein ich habe echt keinen bock noch im dritten shop gegen ihn zu benutzen weil man ja so gut wie gar nicht im kampfgeschehen dann dran ist so ja noch einmal wir müssen unter die hälfte ach da hat sich sowieso voll geheilt dann ist ja auch egal was ist denn das für eine scheiße da hat sich einmal komplett voll habe ich heiler verteidiger heiler das glaube ich so die letzte option habe ich okay jetzt sind vielleicht nur zwei sachen die ich es leben kann oder nur eine aber irgendwas billiges das lohnt sich mal ein bisschen ich bräuchte mehr angriff auf einen viel mehr angriff gtp das kann ich auf jeden fall noch schnell mitnehmen 250 tp sind 250 tp in dem kampf könnte das viel sein sexy hier vorne noch ein paar tp abgreifen ok ok da geht mit dem rein und sobald ich dann mit dem der erste schockphase durch bin du bist ein item ist jetzt leuchten heißt dann sofort heiler verteidiger heiler und ums beste hoffen das ist der vergeltungsschlag nicht allzu lange anhält also ich weiß damals habe ich beim ersten mal gekillt das weiß ich noch also das betrifft doch ganz schön dahinter ich habe mich dieser vergeltung schlagt sich auch nach angelegten schaden richtet die ich bei mir gemacht habe also es würde auf jeden fall sinn machen dass das so extrem eskaliert auch nicht ich bin fast direkt im schock ich kann ich noch zurückziehen warum warten der vergeltung flacken und so oder so und je weiter ich mich jetzt runter bringe um so besser mit der hälfte habe ich heiler brecher brechers genommen heiler brecher habe ich natürlich gar nicht ich muss doch mal dass das nicht jedes mal ewig dauert ok ist unter der hälfte scheiß drauf not worth it ok viel besserer heilungsübergang heil ich selbst wenn ihr wenn er mich jetzt trotzdem wieder komplett dezimiert den weiß ich aber auch nicht was zum fick ja was soll ich denn noch machen ich habe schon gefühlt alles gegen ihn eingesetzt was ich einsetzen lässt ich habe die sammlerseele raus hat hier irgendwer anders noch gute highlights haben es 500 diamantreif ja und will ich mein venil weiter sich am antreif da ist er upgrade kann ich den cut glaube ich eh nicht weil auch doch hier speierstation sogar nähe haben der schaden drauf lohnt sich auf gar keinen fall wenn es nicht mein shop woanders was hier vielleicht hier scheiße auch nicht waren wir waren zwischen frischer ich kaufe ach so wunder wasser unterknochen nur kauf halt irgendwie nur das werkstatt natürlich die alte elemente gehen da auf jeden fall auch gut da werde ich jetzt noch diesen diamantreif und fangs waffen noch ein bisschen auf wussten so hier so easy verdreifachung und wo ist denn jetzt das ideale element was ist denn ich wüsste wie steht für ideal element oder eben auch nicht Knights sowas ich so wie die ار die 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 so verdreifachung auch hier teilchen beschleuniger scheiße das war voll die verschwendung passt schon ich muss das glieder jetzt nicht immer aufheben so stärkeres team let's go ich hoffe jetzt wohl wenn die ein bisschen mehr aushält wird das den arsch retten das ist ja auch echt fucking peinlich mann starte ich jetzt wieder am anderen ok so 6800 das muss ich kann jedem noch benutzen oder so ich will es doch nie oder eben noch ein bisschen eher abbrechen die schockphase das wäre eben essentiell dass ich den so schnell möglich runter bekomme unter die hälfte dieser vergeltungsangriff aktiv ist kann ich da gar nichts gegen den machen so aber die paar neuen tp punkte die helfen hier schon massiv wenn hier ist er noch nicht mal an dem punkt wo sie vorher gewesen wäre vom tp her also das ist vielleicht diesmal gar nicht nur design in phase 1 wo zumindest nicht ganz übel ausweilen aber frisst fernkart umso mehr zuh zuh auf Es gibt dem Also zeit zu wechseln So haut rein aber es geht Okay reicht So jetzt aber heilen Okay das war fast voll Und wenn ihr zauber trotz nur vitra Los 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 heil 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 Ja und wie genau soll ich jetzt hier kämpfen Ach der hat hoffenweise baff auf sich drauf kein wunder Dann so hier Ah ok jetzt geht es wieder sind baffs bleiben ja hoffentlich nicht ewig drauf Ja jetzt geht es wieder Das heißt aber noch ein bisschen vor angreifen Auch wenn die dinger jetzt schon viel mehr schaden machen als vorher Immerhin kann ich weitermachen Und wie viel hat es sich denn jetzt eigentlich geheilt Wenn ich nochmal in die hälfte komme dann kriege ich ihn ja auf jeden fall Oh Gott Ich muss es nur richtig Oh Gott Nur das richtige Setup haben Wenn wir vorher richtig heilen dann geht das eigentlich Ja ich warte jetzt bis die Leitling und Fernging in Schock haben Ich versuche wenn ich die p noch so hoch möglich zu halten und sobald er im Schock ist tue ich mit Wenn wir auch vorher reagieren Okay Es ist soweit Alles oder nichts Der Schaden ist aber auch übel Ich hoffe ich kann jeden vom Schaden her Schnell genug beikommen Sieht aber noch nicht so aus Los da geht noch was Jawohl Fang ist jetzt richtig aus Oh ich schaff's fangs Ja sie hat es geschafft Da hat sich das Waffe Level noch mal richtig gelohnt Und ich habe sogar Einer Teilchen bekommen Warum hat der rote so ein hässliches Gesicht Boy Ich verstehe nicht, wir wollen die gleiche Sache Warum können wir nicht nur zusammenarbeiten? Diese Menschen sind so blinded von Angst Sie können es sogar nicht vorstellen Wir sind zu lange? Noch nicht Und wir können nicht mehr Niemand weiß die Wahrheit Am ich richtig? Wir wissen nur über den Plan um den Kacoon zu zerstören Und welche Faustie ist hinter dem Bartanderlis Dann was warten wir an? Es ist Zeit für etwas Geld Das ist was ich spreche Ich spreche Als alles endlich in der Öffnung ist Dann werden die Leute von diesem Nachtmärchen Wollen wir ihnen zeigen Aber wir können nicht schlafen und sagen Die Leute Und da gibt es einen Grund Dich mit dann geschlafen uns geredet Deswegen bringt es uns auch nach unten. Das ist das, was sie wollen, Biotr. Die Strecke von Cocoon in eine Katastrophe. Die Waffen sind da. Auch schön. Oh, so einer. Ja, haltet drauf da. Das wird Ihnen bestimmt interessieren. Okay, nicht schlecht. Aber die Straße hält das aus. Warte! Öffne! 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 Ja, den können wir jetzt beschützen. Okay, ist so ein dicker. Dicker. Dicker meine ich. Ja, die Schäle, die habe ich glaube ich schon mal besiegt. Jetzt habe ich büderweise gar nicht zusammen gesehen. Lahn, aber es glaube ich auch für den auch besser so. Weil der doch ganz gut Schaden rauspackt. Ja. Also ich glaube auch wenn er im Schock ist, wird er sich ganze Zeit heilen müssen. Einfach weil es ein verdammter Übertreiber ist. Oh nein! Für Eben ist natürlich noch ekelhafter. Es ist so kurz zum Schock aber trotzdem. Ah, das müssen die irgendwie alleine klären. Ich kann dir absolut nicht helfen. Wenn ich Glück habe schaffen, ist es auch nur zu zweit. Ja, das sieht so richtig gut aus. Ich glaube, dass ich jetzt keinen Heiler brecher brecher habe. So eine scheiße. Ja, doch müsste fangen. Nein, ist kein aufwollen. Okay, fangen. Ist ausgewiesen. Los, ein Angriff noch fangen. Ich hoffe, dass es nicht reicht. Doch, es reicht. Puh. Goldstaub. Hier hätte ich mein Sammlersädler angehabt. Jetzt ist es. Wir haben einen kreisenden Arsch gerettet. Undankbarer Bastard. Den sollten wir in den Arsch treten. Das wollte ich gerade machen. Sammlersäle. 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 Wo ist er? Da.